Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. Willkommen auch bei einem neuen Vorausblick. Wir gucken mal wieder, was nächste Woche eventuell für einen Trade spannend sein könnte. Ich habe hier 5 Aktien rausgesucht. Ihr seht es ja schon an der Seite Varta Activision. Dann natürlich nochmal BYD, weil das gerade sehr interessant ist, muss ich zugeben. Xiny Glass und auch Geely Auto. Wir fangen jetzt aber direkt einmal an mit Varta. Ich möchte einmal nochmal ganz kurz davor sagen, weil das auch nochmal geschrieben wurde, es wird auch nicht jeder Trade hier aufgehen. Es wird auch eventuell gar nicht jeder Trade erreicht. Letztendlich ist es so, dass wir in die nächste Woche gucken, was könnte hier passieren, was könnte spannend aussehen. Und es kann halt auch einfach schlichtweg sein, dass dieses Szenario, was ich gerne sehen würde, gar nicht zustande kommt. Dementsprechend kann es halt auch einfach durchaus sein, dass wir da gar nicht hinkommen. Heißt also, das ist jetzt kein Pflichtkauf und vor allen Dingen kein Kauf jetzt einfach in diesem Moment, sondern ich stelle dort immer ein Szenario. Manchmal ist es sogar jetzt in diesem Moment, aber das ist dann eine andere Sache. Deswegen kommen wir jetzt mal direkt dazu. Keine Anlageberatung. Auch nochmal ganz wichtig. Das sind nur Trades, die ich eventuell umsetzen würde. Fangen wir jetzt mit Varta an und ihr könnt es hier schon sehen, wir hatten hier einen Widerstand. Wir haben hier die Unterseite im Prinzip der Gap. Außerdem hatten wir hier schon einmal einen ganz, ganz kleinen Fehlausbruch und wir sind letztendlich jetzt hier wieder direkt auf dem Level. Und genau das könnte auch eine Spekulation am Montag werden. Man könnte jetzt direkt am Montagmorgen einsteigen mit der Spekulation natürlich, dass wir hier weiter steigen und zwar in Richtung 154,30 Euro. Das wäre jetzt also die Spekulation. Stop-Loss könnte man dann im Prinzip hier direkt auch sehr, sehr close setzen. Heißt also, wir setzen ihn hier direkt unter der Unterstützung bei 145,40 Euro. Das würde dann als Beispiel, wenn man das jetzt genau so macht, ergeben, dass wir vielleicht ein Minus von knapp 1% haben, ein Plus im Optimalfall von 5,25%. Könnte man zum Beispiel sehr, sehr gut mit dem 10er Hebel ausführen. Im Mid-Spread und so weiter ist man dann vielleicht bei 15% Verlust im schlimmsten Fall und im besten Fall dann bei über 50% Gewinn. Das wäre jetzt aber natürlich erstmal nur der erste Widerstand. Sollten wir auch über diesen Widerstand steigen, dann wäre es durchaus realistisch, dass wir hier in Richtung des All-Time-Highs gehen, also das All-Time-High langsam angreifen und zwar erstmal zum nächsten Widerstand in Richtung 167,70 Euro. Heißt also, wenn wir jetzt hier diesen Ausbruch haben und den haben wir ja gerade, wenn das jetzt aber kein Fehlausbruch ist, dann sieht das Ganze auf jeden Fall extrem interessant aus und es sieht auch so aus, als könnte man dann zumindest in Richtung dieser 154 gehen und in diesem Weg könnte man dann doch auch durchaus das All-Time-High angreifen. Kommen wir jetzt direkt zum nächsten und zwar Activision Blizzard. Die könnten sich hier unten in diesem Bereich jetzt durchaus erstmal erholen. Es sieht jetzt gerade so aus, als würde man hier einen Boden finden, ungefähr jetzt also bei etwas über 83 US-Dollar 50. Was jetzt hier ganz wichtig ist, entweder man wartet jetzt nochmal ab oder man kauft jetzt direkt einen, aber dann sollte man den Stop-Loss auch wirklich sehr, sehr streng, ich sage mal, anziehen. Letztendlich wäre jetzt hier auf jeden Fall die Spekulation, erstmal in Richtung des nächsten Widerstandes zu laufen, in Richtung 87 US-Dollar 65 beziehungsweise danach erstmal in Richtung 200-Tage-Linie. Die kommt hier jetzt natürlich runter, die läuft also jetzt gerade in unsere Richtung, kommt dem Kurs näher und jetzt gerade wäre die ungefähr bei 89 US-Dollar 40. Das heißt also, wir würden dann in Richtung mindestens 87, 74 spekulieren beziehungsweise in Richtung 89 US-Dollar 40 ungefähr. Dazu Voraussetzung einfach, wenn wir Montag zum Beispiel starten, auch in den Tag, beziehungsweise wenn wir Montag sehen, wir kriegen hier so einen kleinen Rebound mal hin, heißt also ich würde fast sogar eher warten auf Dienstag, Montag, dann Börsenschluss mal gucken. Wenn wir hier dann tatsächlich stabilisiert sind, vielleicht in Richtung 84 US-Dollar, dann kann man hier durchaus einkaufen, wenn wir dann am Montag direkt Tagesschlusskurs irgendwo hier weiter unten schließen, in Richtung 82 US-Dollar, 83 US-Dollar, dann ist der Trade auch fürs Erste gelaufen. Dann kann man natürlich noch immer auf einen Rebound dann, ich sage mal spekulieren und nochmal warten, aber dann auf jeden Fall in Richtung 84 US-Dollar. Was wir hier jetzt natürlich auch sehen können, das zeichne ich jetzt auch nochmal ein, ist dann halt dementsprechend der Abwärtstrend, den wir jetzt hier seit relativ kurzer Zeit hatten, oder was heißt relativ kurz, 14. Juni, seit anderthalb Monaten ungefähr. Und genau der ist hier auch im Übrigen am Pfeil, den wir eh gerade eingezeichnet haben, also ungefähr da, wo die 200-Tage-Linie kommt. Das heißt, hier haben wir also einen relativ starken Widerstand, da ist dann die Frage, ob man dann da tatsächlich drüber steigt. Dementsprechend wäre es eventuell sogar machbar oder vielleicht gar nicht so dumm, wenn wir jetzt hier einsteigen. In dieser Rebound findet dann auch tatsächlich statt, ich muss keinen Stop-Loss ziehen, dass man dann einfach darauf geht, dass man hier an diesem Widerstand, den wir sehen können, im Prinzip schon mal einen kleinen Teil verkauft, eventuell schon mal sagt, ich verkaufe die Hälfte, ich verkaufe ein Drittel oder ich nehme meine Gewinne komplett mit, nehme den Kurs mit, den ich zum Beispiel ausgegeben habe, also den Einstandskurs, beziehungsweise das Geld, was ich reingesteckt habe, das könnte man dann ja durchaus machen und dann weiterlaufen lassen, wenn wir dann hier tatsächlich abprallen am Abwärtstrend, beziehungsweise an der 200-Tage-Linie, dann könnte man ja durchaus noch immer den Rest verkaufen. Stop-Loss, habe ich gerade schon gesagt, würde ich hier auf jeden Fall relativ close setzen, vielleicht, wenn man das Ganze ein bisschen organisierter machen würde, oder haben möchte, dass man dann entweder sagt, man geht hier in die Richtung, wo man hier also gestartet ist, wo wir hier also entweder den Börsenöffnungskurs hatten, bei knapp 83 US-Dollar 15, beziehungsweise eventuell, wo wir dann halt den Tiefstpunkt des Tages hatten, vielleicht in Richtung 82 US-Dollar 80, da muss man sich das dann natürlich auch immer selber überlegen, wie will man das machen, wie ist das intelligent für einen, was man natürlich auch machen kann, wir sehen hier, wir hatten hier in diesem Bereich ungefähr noch eine Unterstützung, das wären knapp 82 US-Dollar 40, kann man natürlich auch einen Ticken weiter dann runterziehen und den Stop-Loss dann bei 82 US-Dollar 20 als Beispiel setzen, ein bisschen unter der Unterstützung. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, und zwar BYD, und das ist, denke ich, für viele auch das Interessanteste, und für uns im Prinzip auch, weil wir traden das auch gerade im Discord, wenn ihr Bock habt, könnt ihr im Übrigen auch gerne auf den Discord mal vorbeikommen und euch einfach mal angucken, wir sind da immer relativ viel auch am Schreiben, generell alle, also da kriegt ihr auf jeden Fall auch Antworten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da ist sich keiner zu schade, dann mal zu antworten. Bei BYD können wir sehen, wir hatten hier wieder einen Aufwärtstrend, nachdem wir im Prinzip in Richtung des Aufwärtstrends gekommen sind, sind wir hier ziemlich stark gestiegen, hatten dann so eine kleine Konsolidierungsphase, vor allen Dingen eher in Richtung Süden, also so eine kleine Flagge, und jetzt hatten wir diesen Ausbruch hier, das heißt also, wir hatten so einen kleinen Abwärtstrend, hatten den Ausbruch hier drüber, auch vor allen Dingen über die Widerstände, die so bei knapp 230 bis 232 Hongkong-Dollar liegen, außerdem sind wir auch über diese wichtige 238 Hongkong-Dollar-Grenze gekommen, im Übrigen, wenn wir uns das am deutschen Markt einfach mal 1 zu 1 umrechnen, sind wir jetzt gerade Tagesschlusskurs, zum Beispiel Tagesschlusskurs Lang und Schwarz, oder auch an der Getex bei ungefähr 239 Hongkong-Dollar 70 oder 239 Hongkong-Dollar 60, das heißt also, der Kurs hat sich von Hongkong aus auch gehalten, dementsprechend sind wir aktuell noch immer hier oben, und es wäre jetzt sehr, sehr spannend, und das ist im Prinzip das, was wir hier angezeigt hatten, wenn wir jetzt hier diesen Ausbruch haben, erstmal in Richtung des Highs, das heißt also erstmal in Richtung des All-Time-Highs, was wir je schon hatten, Richtung 279 Hongkong-Dollar ungefähr, sollten wir auch hier drüber ausbrechen, könnte man durchaus erstmal davon ausgehen, dass wir vielleicht sogar bis Richtung 300 Hongkong-Dollar gehen, das ist natürlich wieder eine wichtige psychologische Marke, und da wird dann auch die Frage sein, ob wir da dann nicht vielleicht erstmal abprallen, heißt also, man könnte jetzt erstmal in Richtung von 278, und danach ungefähr in Richtung 300 Hongkong-Dollar laufen, das wäre ja doch eigentlich ein sehr, sehr interessanter Trade, Stop-Loss könnte man als Beispiel jetzt direkt wieder, innerhalb dieses kleinen Trends, den wir hier hatten, setzen, das heißt also, wir setzen ihn knapp auf 220 Hongkong-Dollar, oder man macht das Ganze ein bisschen closer, also ein bisschen näher dran, zum Beispiel unter diesen beiden Widerständen, unter den beiden Unterstützungen, dann in dem Fall eventuell auch, was wir hier gesehen haben, also diese Unterstützung bei knapp 230 Hongkong-Dollar, heißt also vielleicht bei 229, 228 Hongkong-Dollar. So, das war es jetzt auch zu BYD, kommen wir direkt zum nächsten, und zwar Xiny Glass, die sind ja relativ gut gestiegen tatsächlich jetzt wieder, wir waren ja sehr, sehr lange in diesem Aufwärtstrend, der auch sehr, sehr schön verlaufen ist, wir können das hier sehr, sehr gut sehen, ja, sehr, sehr tatsächlich, also wir sehen es jetzt hier relativ gut, seit Mai 2020 sind wir hier in diesem Trendkanal, sind hier im Prinzip einfach nach unten ausgebrochen, schlichtweg, wo die anderen Aktien auch sehr, sehr einen Dämpfer bekommen haben, also wo es nicht wirklich gut gelaufen ist, können wir hier sehen, sind wir nach unten ausgebrochen, sind in Richtung 200-Tage-Linie und haben uns wieder ein bisschen erholt, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Glück, weil ich habe ausgerechnet am 27. Juli eingekauft, wo ich noch geschätzt hatte, dass es jetzt ein Rebound kommt, im Übrigen ist jetzt auch ein Rebound gekommen, und wir sehen jetzt hier, wir sind an der 50-Tage-Linie wieder abgeprallt, und wieder über der Unterstützung bei knapp 28 Hongkong-Dollar, 80, und jetzt wäre auf jeden Fall das nächste Ziel, erstmal wieder in Richtung des nächsten Widerstandes, der würde bei knapp 31 Hongkong-Dollar 30 liegen, das sind übrigens ungefähr 7%, den Stop-Loss könnte man dann hier durchaus unter der 50-Tage-Linie setzen, das ist schon relativ weit weg, muss ich sagen, deswegen würde ich mir überlegen, ob ich da nicht vielleicht sogar eher in diese Richtung hier gehe, dass wir direkt unter der Unterstützung wieder verkaufen, das heißt also unter 28 Hongkong-Dollar 80, vielleicht in Richtung 28 Hongkong-Dollar 60, sieht für mich gerade zumindest attraktiver aus, als jetzt wirklich in Richtung 50-Tage-Linie, dann wären wir über 28 Hongkong-Dollar 15, da hätten wir dann aber auch vom Punkt aus, selbst wenn sich jetzt nichts verändert, über 3% Verlust, wie ich gerade schon gesagt hatte, knappe 7% Gewinn, das wäre jetzt nicht das beste, schwankste Risikoverhältnis, könnte man aber natürlich trotzdem machen, eventuell auch hier mit dem Hebel ausführen, genauso wie bei BYD natürlich, vielleicht, wenn man sich das traut, dann in diesem Bereich auch ein 10er Hebel, würde man halt eventuell 30% Verlust machen, aber man könnte auch durchaus 70% Gewinn machen. Und damit kommt es jetzt auch zur letzten Aktie, und zwar Geely Motor, beziehungsweise Geely Auto. Hier ist eigentlich jetzt gerade der Kurs gar nicht ganz so interessant. Und der Punkt, den ich, oder auf den ich spekulieren würde, wäre, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer haben, und zwar in Richtung 24 Hongkong-Dollar 55, und davon dann tatsächlich den Rebound in Richtung 26 Hongkong-Dollar 60, beziehungsweise 28 Hongkong-Dollar. Ich mache das Ganze mal ganz kurz gelb. Ich habe mir diese Aktie aber nichtsdestotrotz ausgesucht, weil man auch jetzt noch einkaufen könnte. Wir sehen jetzt hier, wir hatten jetzt zwei starke Tage, oder relativ starke Tage, ganz guten Anstieg, und ich denke halt, es kann auf jeden Fall in Richtung 28 Hongkong-Dollar 10 gehen. Im Übrigen, der MACD sieht hier sehr, sehr attraktiv aus. Ich habe es leider vergessen, gerade bei BYD zu zeigen. Wir überholen hier gerade die, mit der blauen, die orangenen Linie. Das ist letztendlich ein Kaufsignal, um das jetzt mal ganz, ganz einfach auszudrücken. Bei BYD sieht das im Übrigen genauso aus, habe ich gerade vergessen zu sagen. Also hier ein sehr, sehr schönes Kaufsignal, nochmal eine Bestätigung, eher gesagt, vom MACD. Ich blende das wieder aus, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ist letztendlich auch nicht so wichtig jetzt gerade. Auf jeden Fall sieht es hier gerade nach einem guten Kauf aus, und man könnte sich jetzt hier durchaus überlegen, und wir können das hier sehen, wir hatten hier in diesem Bereich ungefähr einen Widerstand, wo wir öfters nicht drüber gekommen sind. Und genau das wäre dann auch die Überlegung, wenn ich jetzt auf den MACD gehe und damit traden möchte, beziehungsweise traden möchte und sage, es wird jetzt auch weiter steigen. Wir sind hier gerade in diesem Trend. Klar, es gab diese schlechten Tage in China, die sind auch sehr, sehr volatil gewesen, wie wir hier sehen können. 200-Tage-Linie hat dann nichtsdestotrotz gehalten. Dann könnte man sich durchaus überlegen, bei 26 Hongkong-Dollar, wo wir ja gerade sind, ungefähr einzusteigen Richtung 28 Hongkong-Dollar 15, beziehungsweise den Stop-Loss dann bei 25 Hongkong-Dollar 35 zu setzen. Das würde zumindest, finde ich, jetzt sehr, sehr gut aussehen. Ansonsten, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir sehen, Montag, der Kurs ist gefallen, vielleicht auch in Richtung 25 Hongkong-Dollar 50, also unter die Unterstützung, dann wäre es, finde ich, sehr, sehr attraktiv, nochmal auf den Rebound zu warten und dann zu gucken, ob wir vielleicht an der Unterstützung hier abprallen und dann erstmal wieder in Richtung 28 Hongkong-Dollar laufen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren und liken auch. Da freue ich mich immer drüber. Und die anderen Kollegen im Channel auch im Übrigen. Wir freuen uns da immer alle zusammen drüber. Deswegen gerne machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.